Hallo und willkommen bei Korpus Mutum, ich bin Patrick Rudhofer, euer Physiotherapeut und Coach und wir machen gemeinsam jetzt die Rückenübungen. Die erste Übung ist im Sitz, wir schauen, dass wir die Wirbelsäule aufrichten und dazu setzen wir uns einfach zum Schreibtisch hin. Meistens sind wir innerhalb des Arbeitstages mehr so in der Beugung und eher vorne und das gibt eben die Anstrengungen dann im Nackenbereich und jetzt schauen wir einfach nur, dass wir uns in die Gegenrichtung aufrichten, das heißt wir nehmen die Hände, drücken sie mit der Handkante auf den Tisch und spannen richtig die Schulterblätter nach hinten, sodass die ganze Wirbelsäule aufrichtet und je aufrechter wir von der Wirbelsäule her sind, umso weniger Spannung kommt auch in der Nacken- und Schultermuskulatur. Diese Spannung halten wir einfach für 5 bis 10 Sekunden, dabei ruhig und gleichmäßig weiteratmen, wir können ruhig auch so ein bisschen den Bauch anspannen, also den Nabel einziehen und dann lassen wir wieder locker richtig zusammenfallen, ein paar Sekunden Pause machen und das ganze dann noch einmal. Wieder aufrichten, Bauchmuskeln spannen, die Schulterblätter spannen nach hinten zur Wirbelsäule, also da hinten runter genau und die Hände drücken in die Unterlage und dann nach 5 bis 10 Sekunden wieder locker lassen. Das ganze machen wir noch ein drittes Mal, wieder schön langsam aufrichten und den Bauch spannen und wenn es euch zu leicht ist, könnt ihr die Rücken länger halten, die Spannung auch und wieder die Handkante, drückt nach unten, wir spüren die Spannung, im Rückenbereich, im Schulterbereich, die Bauchmuskeln, wir spüren auch die Bauchmuskeln und dann lassen wir wieder locker. Gut, das ist schon die erste Übung, die machen wir heute im Tagesverlauf ein paar Mal. Das heißt, setzt euch einen Wecker, jeder hat ein Handy mit dabei, schaut euch, dass wirklich eine Stunde in den Wecker setzt und dann immer so 5 Minuten eben nur die Übung macht, vor jeder vollen Stunde und dann haben wir heute schon einiges gemacht. Soviel zur ersten Übung, euer Coach Patrick von KorpusMoto.